Ein normales Bild im Alltag. Sie kommunizieren mit einem Kollegen per Chat, vielleicht weil sie gemeinsam eine Kundenpräsentation vorbereiten müssen. Dabei stellen sie fest, dass der Chat hier nicht mehr ausreicht. Das Thema wird zu komplex und ein persönliches Meeting wäre hier jetzt einfacher. Doch wie kann man jetzt auf die Schnelle ein persönliches Meeting ansetzen? Mit Cisco Webex Teams erledigen sie all diese Handgriffe aus einer Applikation. Oh nein! Ich glaube, das ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Lassen Sie uns schauen, ob wir da nicht etwas Besseres finden. Ah, sehr gut! Ein Webex Board! Damit können wir auf einfache Weise unsere kreativen Ideen für den Kunden zusammenfassen. Alles ohne Papier, ohne leere Stifte, ohne langwieriges Abfotografieren und ohne endlose E-Mail-Verteiler. Kreatives Arbeiten im Team, auch mit externen Teilnehmern, gleichzeitig. Und am Ende wird alles direkt in der Webex Teams App gespeichert, wodurch automatisch jedes Teammitglied Zugriff auf den Inhalt hat. Und wie wir eben bei den Kollegen noch sehen konnten, bietet uns Webex eine Welt voller Integrationen und Erweiterungen an, um sich bestmöglich in bestehende Umgebungen zu integrieren. Damit werden die weitere Bearbeitung und die Vorbereitung für die Präsentation beim Kunden ein Kinderspiel. Am Ende steht dann unser Termin mit dem Kunden, um unsere Ideen und Vorschläge zu präsentieren. Auch hier ist Webex unschlagbar einfach und flexibel. Es ist völlig egal, ob man ein großes Telepresence-Raumsystem, eine Lösung für kleinere Räume oder einen Laptop mit Kamera nutzt. Alle Teilnehmer erfahren dieselbe Qualität sowohl für Audio, Video, aber auch den gezeigten Inhalt. Anhand dieses kleinen Beispiels haben wir gesehen, dass Webex weit mehr als nur ein Conferencing-Tool ist. Es bietet uns vielfältige Möglichkeiten, bereits heute unsere Zusammenarbeit mit Kollegen, Kunden und Lieferanten auf ein neues Level zu heben. Sie möchten mehr dazu erfahren? Sprechen Sie uns an!